Hallo liebe Kinder und liebe Eltern aus der Kita-Hölderlin-Straße, hier ist wieder die Caro und ich habe heute wieder zwei kleine Spielideen, weil ja doch noch relativ viele Kinder zu Hause sind. Und wie ihr seht, habe ich mir ein Stück Zeitung genommen oder zwei Stück und habe die dann in der Mitte zusammengeklebt und habe mir drei unterschiedlich große Teller genommen, habe dann die Kreise auf die Zeitung gezeichnet und dann ausgeschnitten. Dann habe ich, da sind überall Zahlen dran, eine 10, eine 20 und eine 50 und dann habe ich das noch an den Türrahmen oben dran geklebt. Die Idee dahinter ist, dass ihr euch entweder mit einem selbst gebastelten Papierflieger oder, schaut mal, ich habe mir hier so eine Fliegerolle, nenne ich es jetzt mal, gebastelt. Das geht ganz einfach, mit einem Strohhalm und zwei, einem kurzen und einem langen Streifen Papier, die ihr einfach zu einem Kreis zusammenklebt. Und dann könnt ihr versuchen, gegen eure Eltern oder Geschwister antreten, könnt versuchen, ob ihr das durch eins von diesen Löchern trefft. Ich probiere es mal. Oh, die 10, ja. Dann habe ich noch ein zweites gemacht. Ihr könnt ja dann selber entscheiden, wie viele Runden ihr spielen wollt, ob ihr jeder fünf Versuche habt. So, jetzt probiere ich mal, die 50 oben zu treffen. Das ist ganz schön schwer. Oh, naja, der ist abgestutzt. Passiert. Und so könnt ihr dann entweder mit den Fliegern oder mit den kleinen Fliegerollen, könnt ihr gegeneinander spielen und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Und jetzt zeige ich euch noch was anderes, dafür muss ich aber wieder ganz kurz umbauen. So, jetzt habe ich schnell umgebaut und bin auf der anderen Seite der Tür. Und jetzt habe ich einfach nur, entweder ihr habt so eine Einwegpappbecher oder Plastebecher zu Hause, die ihr dafür nehmen könnt, die ihr danach natürlich auch noch zum Trinken nutzen könnt. Oder ihr habt einfache Plastebecher zum immer wiederverwenden zu Hause. Die habe ich an die Tür geklebt. Ich habe dann noch ein paar Klebezettelchen dran gemacht und da stehen auch wieder Zahlen drauf. Das sind auch wieder die Punkte. Und dann könnt ihr euch entweder Tischtennisbälle oder wenn ihr zum Basteln zu Hause habt, so eine kleine Wattebäuchchen. Ich habe jetzt nichts davon zu Hause. Ich habe mir einfach ein bisschen Papier genommen, habe das zusammengeknüllt und habe noch ein bisschen Klebeband drumherum gemacht. Und damit probiere ich jetzt mal, einen von den Bechern zu treffen. Ich probiere mal die 20. Leider nichts drin geblieben. Einfacher nehmen wir mal die 5. Beide knapp verfehlt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Glück zu Hause. Wie gesagt, schreibt euch einfach die Punkte auf und spielt gegeneinander und habt viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und bleibt es auch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ein schönes Wochenende. Eure Caro.